LOL, wir haben einen fucking Atompilz? Das ist doch nicht euer Ernst! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Feuerwerksimulator. Und ich betone das so, denn ich bin hier vorhin reingegangen und ich sehe das hier. Leute, was habt ihr Mordor denn mit dem Spiel gemacht? Das ist ein Feuerwerksimulator. Kein City Car Driving Simulator. Und auch kein Minecraft Simulator. Also, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Jetzt haben wir hier schon Minecraft-Blöcke. Glas haben wir auch noch. Wenn ihr mir jetzt sagt, das ist noch Durchsicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt haben wir hier ein Radio, wir haben hier Lautsprecher, Weihnachtsbäume. Wir haben sogar schon eine Pimmelfontäne. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ach, ist das Oberlost. Ist das Oberlost. Mach weg das Ding. Also, wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt. Hm, kann man denn das TNT zünden? Oder kann man die Autos fahren? Und man sieht schon eingeblendet. Press T to enter. To enter. Bewege? Hä? Check ich nicht. Okay, einmal einsteigen. T. Und jetzt sieht man auch schon an der Seite, wie es funktioniert. Und zwar mit den Pfeiltasten können wir jetzt Auto fahren. Super. Man kann sogar einigermaßen gut driften, muss ich sagen. Ah Gott. Man kann anscheinend auch umkippen. Air to Flip Vehicle. Ah, praktisch. Also, ich weiß zwar nicht, wie man auf die Idee kommt, in einem Feuerwerkssimulator fahrbare Autos zu entwickeln. Aber es funktioniert ja mal, ne? Das ist ja schon mal ein Ding. Denn es gibt auch Mods, die funktionieren nicht mal. Und das ist dann natürlich belastend. Klar, es macht nichts peng. Es leuchtet nichts. Und ich habe mich gerade, äh, festgefahren. Kann ich mich ja irgendwie umgucken um das Auto? Ich glaube nicht, oder? Können wir mal gucken. Flip Vehicle. Ich kann mich nämlich nicht bewegen. Ah, doch. Jetzt. Da geht's. Wunderbar. Sollen wir mal gucken, ob wir tanken können? Ha. Wahnsinn. Denn warum ist denn hier eine Tanke, ne? Hallöchen. Einmal Sprit bitte. Geld. Ne, habe ich jetzt keins. Aber anzünden kann man es ja nicht. Okay, macht nichts. Ist ja auch nur ein Auto. Aber spannend würde es jetzt bestimmt bei den Glasblöcken oder beim TNT. Denn das TNT kann man bestimmt zünden. Aber die anderen nicht? Ne, die anderen wirklich nicht. Das ist anscheinend echt nur Deko. Ähm, man sieht ja, man kann die Blöcke auch nur in Blöcken platzieren. Also ich kann die jetzt nicht hier zwischensetzen zwischen die beiden Punkte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so geil finde. Wenn ich den jetzt da platziere mit Linksklick oder hier mit Rechtsklick. Ist exakt gleich. Die bleiben einfach da in der Luft hängen. Naja, gut. Kann ich denn da wenigstens drauf stehen und mir so eine Art Brücke bauen? Ja, dann kann man es doch mal machen, oder? Komm mal so. Hü, hüpf. Und noch ein. Hü, hüpf. Soll ich mal ein Video machen, wo ich mich zwei Stunden lang nur nach oben klicke? Mal gucken, ob ich ein Limit finde. Wäre das geil? Oder wäre das stinklangweilig? Natürlich, wenn dann irgendwie im Zeitraffer oder im Stream, weiß ich nicht. Mal überlegen. Aber fändet ihr das geil, wenn ich mich mal irgendwie unendlich weit versuche, nach oben zu backen oder zu klicken? Ich meine, das ist ja kein Bug hier, ne? Das ist ja Minecraft. Ja, Feuerwerksimulator. Ist auch ein Ding. Dass Minecraft mit der Unity-Engine läuft, ist ein Ding, ne? Hier haben wir noch ein Schiff. Aber das ist auch schon länger drin. Das kann auch nichts. Also, ob es schwimmt, habe ich nicht getestet. Denn ich habe hier keinen See. Aber ich brauche eigentlich, ehrlich gesagt, im Feuerwerksimulator kein Schiff. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? 500 Gramm irgendwas. Also, wer macht den Namen denn so lang, wie mein, äh... So, also, einmal anzünden. Was haben wir hier? Sieht realistisch aus. Nur wie so ein Ding, was man halt irgendwo im Pyroshop kauft. Ach so, das ist weißer Rauch. Wie langweilig. Nee, Spaß. Also, es ist schon... Ist schon geil. Aber es braucht... Wait, what? Oh mein Gott. Ihr wisst nicht, wie das aussieht, ne? Das ist doch nicht euer Ernst. Och Gott, ich sage es jetzt mal lieber nicht. Die, die alt genug sind, werden es wissen. Aber, äh... Ich mache es mal an das Ding. Ui. Ui. Also, dafür, dass das so komisch leicht pervers aussieht, hat es doch einen extremst geilen Effekt. Finde ich geil. Das finde ich geil. Ui, ui, ui. Das feiere ich ja mega. Die Mädels auch. So. Dann gucken wir mal, ob noch irgendwas ganz Spezielles jetzt neu ist. Was man unbedingt angucken müsste. Ich meine, klar, es gibt viele neue Boxen. So viele Videos kann ich gar nicht hochladen, wie es neue Boxen gibt. Aber, äh... Ich meinte jetzt irgendwas Spezielles, was raussticht aus der Masse. Hier, was ist das denn zum Beispiel? Ach, ihr guckt schon zur Seite. Das kann höchst explosiv werden. Ich glaube, man hätte die lieber freezen sollen. So, und jetzt... Ach, das fällt so... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Achtung! Die Tankstelle ist explodiert. Ich glaube, ehrlich gesagt, die ganze Welt ist explodiert. Lol, wir haben einen fucking Atompilz? Das ist doch nicht euer Ernst. Wie geil ist denn das bitte? Wie geil ist denn das bitte? Oh mein Gott. Leute. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Das... War es ja mal... Komplett. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das Ding schießt irgendwo dahinter, macht Peng. Ne, wie man es halt so kennt. Aber dass wir da so einen Atompilz haben... Ich glaube, ich hatte auch zwei ineinander, weil ich ja zwei gesetzt hätte. Ich steppe... Die ganzen Dinge sind auf den Boden gefallen, sind jetzt auch mal materiell. Ach, interessant. Jetzt sind die nicht mehr so blockbasiert. Jetzt kann ich die überall hinfropfen. Also, das ist ein Ding, da hätte ich ja echt gar nicht mit gerechnet. Ihr habt gerade gemerkt, ihr habt den Minecraft-Block vergessen. So. Jetzt zünden wir auch mal das TNT an. Ich bin gespannt. Ach, das ist ja voll realistisch. Und? Hä, lol. Sogar die Animation ist geil. Aber naja. So, wir steigen jetzt hier ein. Machen mal das Laumania-Radio an. Ich finde das so lustig. Okay, wir fahren damit jetzt einmal ins Outro. Warte mal, die Kirche kann kaputt gehen. Die Kirche ist kaputt. Das ist ja auch neu. Ja, nice. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt mit dem Auto mal ins Outro. Oh, war der schlecht. So, Freunde. Das war es dann auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auf Insta kannst du mir auch gerne folgen, wenn du mich mal sehen willst. Auf Discord kannst du auch gerne beitreten. Da bin ich auch manchmal live. Ich würde mich freuen. Link ist zu beidem in der Beschreibung. Dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Und ciao. Ciao.